So, da sind wir wieder. Jeder, der das erste Video gesehen hat, durfte wissen, dass ich natürlich ein zweites hinterher schiebe. Jetzt nehmen wir die Pillen mal nicht und gucken, ob hier irgendwas anders ist. Ansonsten nur mein kleines Fazit und das war's dann auch schon wieder. I feel like I could sleep the whole day. I just don't want to wake up anymore. Ja, wie erwartet. Da haben wir ja schon was ganz anderes. Hm, okay, also es ist immer noch die gleiche Geschichte recht optimistisch und der einzige Unterschied ist wohl das mit dem Bett. Um zu zeigen, dass die Pillen einen Unterschied machen. Und es wurde nur so'n kleiner Twitch. Nicht so, äh, nicht so effektiv wie ich dachte. Also dann, ähm, ich find den Stil nicht so toll. Ist ganz pretty, aber ist nicht wirklich, nicht wirklich eigenständig, sondern so was gibt es öfter. Der Soundtrack ist generisch, die Idee, die Geschichte ist minimalistisch und Depression wurde in Depression Crest einfach unnachahmbar faszinierend, großartig zusammengefasst und auf niederschlagend realistische Weise behandelt. Und Depression Crest ist auch kostenlos. Insofern, das hier ist ja nur ne kleine Demo, aber man müsste schon verdammt viel machen, damit daraus ein richtiges Spiel wird, wo ich sage, ja, da möchte ich Geld vorausgeben, weil das würde mich dauerhaft interessieren und faszinieren. So viel dazu. Ähm, ja, das war Prisant. Und der Link in der Beschreibung könntest du auch rauschecken. Aber behaupte mal, ich habe ja alles gemacht, was man machen kann. Inklusive im Boden versinken. Ähm. 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 Ähm.